Hallo, es geht zurück. Nach ungefähr 540 Tagen ist unsere Weltreise jetzt erstmal beendet. Danke soweit an Corona und an die internationale Reisewarnung und unsere Versicherung, die immer noch nicht weiß, ob sie noch deckt jetzt oder nicht. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, von Taiwan den Rückzug anzutreten und nach Deutschland uns in die Selbstquarantin zu begeben. Wir sind jetzt gerade noch in Tainan, jetzt geht es zurück mit dem Zug nach Taipei und von da aus geht morgen unser Flug nach Japan und von Japan dann direkt nach München. Ja, wir sind jetzt mal gespannt, wie weit wir kommen. Wir hoffen, dass alle Flüge stattfinden und wir sind jetzt mal gespannt, wie die Reise verlaufen wird. Wir sind mit Masken gut vorbereitet, aber ich glaube, das wird nochmal aus ganz anderen Sätzen im Flug haben. Koffer sind gepackt. In den einen Rucksack haben wir ganz wertvolles Gut, nämlich das Klopapier daneben, auch wenn man es meinen möchte, das nehmen wir jetzt nicht mit. Das hoffen wir einfach, dass in Deutschland zu Genüge da ist, haben wir schon andere Dinge gehört. Aber wir haben auch noch Schutzmasken bekommen von unserem Host, damit wir, ich zeige es euch mal, so hier, das ist zum Beispiel so eine Maske, ist jetzt eigentlich mehr für den Schutz der anderen, aber wir werden die während des Fluges und während der Reise jetzt aufziehen, damit wir kein zusätzliches Ansteckungsrisiko haben. Und was haben wir noch, Martina? Ganz viel Desinfektionsmittel. Ja, natürlich, dass ich auch oben im Wolfsack kann. Regelmäßig kann der desinfektieren. Haben wir jetzt drei Flaschen davon, damit wir auch im Flugzeug alle paar Minuten, also wir hoffen einfach, das. Wenn uns jemanden fustet, dann nehmen wir einfach eine Desinfektions-Space so hin. Ohne mich. Erster Stopp Bahnhof. Wir gucken also noch, dass wir Frühstück auftreiben. Ja, Zimmer Bahnhof. Da gibt es gleich einen Zug. Da hoffen wir, dass es etwas zu essen ist. Was hier auffällt, ist, dass die meisten Leute hier rund um den Bahnhof schon Gesichtsmasken tragen. Auch in den letzten Tagen, ich habe hier die Fälle ein bisschen zugenommen. Von 48 ist die Fallzahl auf 70 in Korea hoch, äh, in Taiwan hoch, war zumindest unser letzter Stand. Entsprechend werden jetzt auch hier viele Vorkehrungen getroffen. Also die Leute sitzen nicht im Stadtpark beieinander. Das öffentliche Leben findet zwar noch normal statt, aber dann doch mit Gesichtsmasken. So, wir sitzen jetzt im Zug Richtung Taipei. In Thailand dauert jetzt insgesamt, äh, ich glaube, viereinhalb Stunden. Und die Zugfahrt hat jetzt ungerechnet 20 Euro pro Person gekostet. Weil es relativ kurzfristig war. Normalerweise sind die Züge hier in Taiwan günstiger zu bekommen. Äh, ja. Letzte Zugfahrt hier auf unserer Reise. Irgendwie schade. Und Tina ist auch traurig. Wir sind im Hotel angekommen. Die letzte Nacht auf unserer Weltreise hier in Taiwan, Taipei. Ähm, wir mussten jetzt beim Check-In, das ist total strange, wir mussten ein Formular ausfüllen, ob wir gesund sind, seit wann wir hier sind. Dann wurde Fieber gemessen, Fieber, oder die Körpertemperatur wurde in das Formular eingefügt. Äh, und überall wird desinfiziert und Desinfektionsmittel. Also hier wird echt gut drauf geachtet. Also, das kann man schon mal gut heißen. Und jetzt haben wir hier noch genau, ja, so genau zwölf Stunden. Dann geht's morgen in der Früh um 4 Uhr, da müssen wir aufstehen. Und dann geht's mit dem Taxi zum Airport. Und dann geht's weiter nach Tobio. Das ist unser Hotelzimmer. Äh, wie immer mit irgendwelchen lustigen Glasbadeziffern, wo man sich beim Duschen gegenfältig zugucken kann. Yay! Ähm, genau. Noch eine nette Sache, wenn man momentan erkältet ist auf Reisen, dann hat man ein Problem, weil es gut sein kann, dass man in alle Hotels nicht einchecken kann. Das ist übrigens ein Ausblick. Ein letzter Blick auf der Pay. Wir werden jetzt noch kurz zum Einkaufen gehen, ein paar Souvenirs besorgen, wenn man schon unterwegs ist. Und dann gehen wir ins Bett, zum letzten Mal unterwegs. Bei uns ist die Stimmung gerade etwas, naja, Katerstimmung. Ich erkläre euch jetzt auch, warum. Wir haben gerade im System nachgeguckt, also vor zwei Stunden. Und da war der erste Flug nach Tokio studiert. Das bedeutet, unser Flug von Tokio nach München wäre noch gegangen, aber wir wären noch nicht nach Tokio gekommen. Da habe ich gleich natürlich im Internet geguckt, ob irgendwie ein Flug von Taipei irgendwie nach Tokio geht. Auch zum anderen Flughafen. Tokio hat ja zwei Flughöfen, genauso wie Taipei. Aber es ging nicht. Also wir hätten den Anschlussflug in Tokio nicht erreicht. Ich habe dann bei Lufthansa angerufen, Martina bei Kiwi. Diesmal haben wir bei Kiwi gebucht und haben versucht, irgendwie da was rauszukriegen. Kiwi wusste noch nicht mal etwas von der Änderung. Lufthansa hat sich dann bemüht, eine andere Lösung zu bieten. Jetzt fliegen wir morgen zwei Stunden später nach Tokio, haben dann einen anderen Flug von Tokio nach Frankfurt. Und von Frankfurt fliegen wir dann nach München. Soweit erstmal der Plan. Wir würden uns erfreuen, wenn wir schon mal ein bisschen nach Frankfurt kommen würden. Irgendwie würden wir dann schon von A nach B kommen. In hohen Fall marschiere ich zu Fuß. Ja, soweit ist dann nicht mehr nach München. Es sind dann nur noch 300 Kilometer. Das kriegt man auch noch hin, wenn man überlegt, dass wir jetzt ungefähr 11.000 Kilometer weg sind. Ja, wir sind etwas ratlos. Wir haben keinen Bock mehr. Wir sind jetzt aber guter Dinge, dass es morgen klappt. Weil wenn es nicht klappt, dann sitzen wir, glaube ich, hier in Taiwan fest. Das ist der aktuelle Stand, der Lage. Wir dachten, es ist einfacher. Ist es aber nicht. Guten Morgen aus TP. Wir haben eine relativ kurze, nicht so schlafreiche Nacht hinter uns. Nachdem gestern jetzt dann noch der ganze Stress war mit den U-Umbuchungen und dass sehr viele Flüge heute gecancelt werden, waren wir jetzt ein bisschen nervös, ob es denn heute auch losgeht. Ganz sicher sind wir immer noch nicht, aber unser Flug um 9 ist zumindest noch angeschrieben. Jetzt ist es kurz nach 6, also voll toll toll. Ja, unser Taxifahrer hat sich jetzt gerade irgendwie fast noch verrissen beim Koffer einladen. Kann man ja eine Frau nicht machen lassen. Ist ja super nett, wenn er mir helfen will, aber ja, es ist nicht mehr der Jüngste. Aber okay. Er fährt noch und wir sind momentan sehr positiv, dass wir es zumindest bis zum Flughafen schaffen. Jetzt sind wir am Songshan Airport in Taiwan. Das ist der zweite, der etwas kleinere, dafür direkt in der Stadt gelegene Airport. Masken sind auf. Airport Ausrüstung, Hände desinfiziert. Es ist tatsächlich nichts los bisher. Es sind auch die meisten Türen zu. Es sieht so aus, als wäre der Flugverkehr hier weitgehend zum Stillstand gekommen. Es läuft klassische Musik. Es ist sehr ruhig. Aber die Schalter sind noch nicht offen. So. Wir sind jetzt teilweise eingecheckt, wie genau wir das geschafft haben. Ist mir ein Rätsel. Ähm. So. Wir sind jetzt am Airport, am Lernen. Hat der Martino euch schon gezeigt. Um 6.30 Uhr öffnet dann der Check-In-Schalter. Was mich jetzt gerade noch ein bisschen belastet ist, wir sind zwar eingecheckt nach Haneda, aber immer noch nicht nach Frankfurt. Obwohl, eigentlich soll es möglich sein, weil wir die gleiche Booking-Referenz haben. Aber, naja, hoffentlich klappt es. Der Airport ist echt leer. Aktuelles Update. Wir sind drin. Wir haben die Boarding-Passe. Das G-Pack wurde jetzt auch bis München gleich durchgecheckt. Wir müssen dann uns für den nächsten Boarding-Pass am Transfer-Counter melden in Haneda. Aber bisher sieht es gut aus, dass es klappt, dass wir nach Deutschland kommen. Wir sind auf Adrenalin. Besonders ich. Also, das ist ungelogen der leerste internationale Airport, an dem wir je waren. Die Läden haben auch viel zu. Ein paar reißende Hocken rum. Es läuft entspannter Musik. Es ist sehr entspannt. Aber es ist so post-apokalyptisch entspannt. Der Flughafen ist wie ausgestorben. Mehr Personal als Passagiere. So verrückt. Du hast jetzt kurz erzählt. Es ist so wenig los an der Immigration, dass ich den Diplomaten-Schalter auschecken konnte. Das waren nur zwei. Auf dem Diplomaten-Schalter und einer anderen. Das ist alles Personal übrigens. Es ist kein Gast hier. Keiner. Wir waren gerade hier in den Läden am Flughafen. Und die Leute freuen sich, wenn irgendjemand kommt. Es ist echt nichts los. Es ist gespenstisch. Wir waren noch nie an unserem leeren Flughafen. In der Hauptstadt, wohlgemerkt. Es ist kein gutes Gefühl. Ich sag's euch. Das ist gerade das Bodding, was ihr hier mitkriegt. Wie ihr seht, es ist halt nichts los. Also so. Gar nichts. Schauen wir mal, ob 30.000 Flughafen sind. Ich hab ein bisschen befremdlich angeguckt, weil ich euch dabei hab. Ja, wir sind im Gate. Es darf nur kein Corona-Fall an Bord sein. Dann fliegen wir auf. Ja, wer hätte es mir gar nicht bis hierher geschafft, nachdem hier mehrmals Temperatur gemessen wurde. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels und ein Flugzeug. Wir reisen sogar Leute mit Komplettschutzumzügen. Unglaublich. Es geht los. Martina ist hier noch fleißig am Texten. Und wir starten. So, wir nähern uns Tokio. Wir haben gerade noch ein bisschen Luft geschüttelt. Aber soweit war der Blut eigentlich ganz angenehm. Schauen wir mal, dass es angenehm weitergeht. Angekommen in Tokio bei strahlend blauem Sonnenschein. Wir würden gerne hierbleiben, aber... Wir haben die mal in Fuji gesehen. So richtig. Aber es sind nicht viele Flugzeuge da. Wir türmen jetzt lieber, solange wir noch eins kriegen. Es ist wirklich nett hier. Es ist halt nichts los am Flughafen. Wir sind jetzt aus unserer Maschine die einzigen, die ein Connection Flight hatten. Das heißt, die anderen sind jetzt hier alle in Japan eingereist. Und es ist halt so wenig los, dass wir jetzt gerade nochmal durch einen Security Check mussten. Und die haben uns jetzt irgendwie fünf Minuten beraten, wo wir jetzt weiter hin müssen. Und wie und was das jetzt läuft, wenn wir unser Anschlussticket kriegen. Sehr entspannt. Alle irgendwie gelangweilt, aber auch alle sehr, sehr hilfsbereit. Also das muss man sagen. Das ist halt was ganz anderes, wenn du Probleme hast und nichts los ist. Es nimmt sich auch jeder Zeit dir zu helfen. Super. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht genau, wo wir unser nächstes Ticket herkriegen. Aber ja, wir fühlen uns sehr gut betreut. Das ist jetzt unser Terminal. Hier hebt in knapp einer Stunde ein internationaler Flug nach Deutschland Frankfurt ab. Ist noch keiner da. Auch von den Passagieren her hält sich sehr in Grenzen. Ich glaube, ich war noch nie vor dem Interkontinentalflug so leer. Naja. Dafür ist es recht entspannt hier. Max war noch shoppen. Hat sich noch ein bisschen Gin gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst. Max hat ja auch einen Gin-Block. Ganz fleißig Ertrinker. Ja. Obwohl ich ja komme. Ich kann noch ein bisschen shoppen, wenn wir noch Zeit haben. Gucken, ob wir noch ein paar lustige japanische Süßigkeiten finden. So, jetzt geht das Boarding los für die Maschine nach Frankfurt. Mit den anderthalb Metern Abstand hat es hier irgendwie keiner so richtig. Die Maschine ist auch gut voll. Wir haben uns ein paar andere Reisende auch unterhalten. Die kommen wohl auch so gut aus der ganzen Welt. Und Tokio ist jetzt das Drehkreuz zurück nach Deutschland. Weil hier eben noch Flügel fliegen im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Auch Masken noch nicht so verbreitet wie jetzt zum Beispiel in Taiwan. Schauen wir, dass wir noch gesund heimkommen. So, wir fliegen mit einem Doppeldecker. Anscheinend haben die hier auch ein paar technische Probleme oder organisatorische Probleme. Doppeldecker. Cool. Weil sie jetzt gerade Listen abkreuzen mussten. Also nicht nur so ganz normal Flughafen. Ich kreuze ab, dass jemand da ist. Sondern da standen Leute mit drei Meter Papier im Hintergrund und haben irgendwas auf Zuruf organisiert. Das ist dieses Triebwerk riesig. Ui da. Wir haben jetzt die Ausstauerkarte gekommen. Sieht so aus. Merkblatt. Drei verschiedene Sparen. Deutsch, Englisch und Französisch. Nee, Spanisch, oder? Spanisch, ja. Und dann die Karte, die man pro Reisendes Paar, Familie ausfüllen muss. Ja, genau. Das ist genau genommen, wie sie Italienisch. Ja, genau, meinte ich ja. Ich muss euch jetzt noch was zeigen. Wir haben an den 20.03. Und es wird gefragt, ob man sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Nach unserem Kenntnisstand wären Risikogebiete, zum Beispiel Italien. Da sind ja jetzt relativ viele Gebiete zu Risikogebieten erklärt worden. Allerdings sind die Risikogebiete hier auch nochmal aufgeführt. Und zwar als chinesische Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan von europäischen Zielen ist hier noch gar nicht die Sprache. Das ist nämlich noch Stand 13.02. Das heißt, damit ist der ganze Fragebogen, zumindest der zweite Teil, eigentlich hinfällig. Das ist ja nicht so optimales Krisenmanagement. Essenspause. Leider durch das ganze Chaos am Flughafen haben sie jetzt irgendwie das mit dem vegetarischen Essen verkackt bei mir. Jetzt habe ich irgendwie so die Beilagen gekriegt. Ich glaube, da muss ich noch den Fisch aussortieren. Aber mal abgesehen davon, sie versuchen es zumindest. Ich glaube, ich kriege jetzt Salat aus der Business Class, wenn sie einen übrig haben. Nachdem sie jetzt die vegetarische Bestellung beschlampt haben, habe ich jetzt Salat aus der Business Class gebraucht. Ich glaube, der hat ja ganz gut zu viel gehalten, aber der ist schon lecker. Und der ist auch ganz Porzellan. Voll krass. Hallo, hier aus Frankfurt. Wir sind jetzt gerade gut gelandet aus Japan. Jetzt gab es allerdings gerade beim Transit noch ein kleines Problem. Und zwar haben uns die in Japan, wir hatten ja noch Gin gekauft für Max, die leider in die falschen Transporttaschen gepackt. Das heißt, uns wurde der Gin jetzt abgenommen vom Zoll. Sonst hätten wir jetzt nicht zu unserem Anschlussflug gekonnt. Das war jetzt maximal ärgerlich. Außerdem krass, wie die hier einen in Frankfurt auseinandernehmen, mit Schuhen ausziehen und jedes einzelne Kabel aus dem Rucksack raustun. Ja, also ich muss sagen, auf den kompletten anderthalb Jahren, wo wir jetzt unterwegs waren, war nicht mal die USA, glaube ich, so penibel. Also das war jetzt gerade schon eine sehr unangenehme Einreiseerfahrung und dann kriegt man irgendwie auch schon gar keinen Bock mehr herzukommen. Noch was Nettes, was wir gerade in den News lesen, wir kommen jetzt zurück nach Bayern und dann werden wir vom Flughafen abgeholt und eine halbe Stunde später, nachdem wir ungefähr zu Hause erreichen, geht eine 14-Tage-Gäger Sperre los und wir dürfen das Haus nicht mehr verlassen. Ich meine, wir wollten eh eine Selbstparentäne geben, so weit so klar, aber wir hatten gedacht, dass man vielleicht noch einen Waldspaziergang machen kann, so nicht unter Leute gehen, aber halt einfach mal raus. Ja, jetzt haben wir dann halt nur noch den Garten und wir rocken dann 14 Tage indoor. Das ist jetzt der Flughafen in München, wie man sieht, das ist auch hier ziemlich tot, den habe ich auch noch nie so tot erlebt. Gut, wir sind jetzt auch nicht an der Highlife-Ecke, aber da kommen noch ein paar letzte Leute aus unserem Flugzeug. Die meisten Flugzeuge haben geparkt und ja, damit endet unsere Reise hier. Die Eindrücke von uns sind ein bisschen ernüchternd, wie tatsächlich in Deutschland mit der Krise umgegangen wird, also mit dem Virus im Vergleich zu vielen asiatischen Staaten, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Also jetzt vor allem zu Taiwan, wo wir uns einfach deutlich besser rumgefühlt haben. Es ist auch tatsächlich ein kleiner Kulturschock aus dem asiatischen Raum, wenn wir nach Deutschland kommen, dann alle natürlich wieder so krass unfreundlich sind. Also wenn ihr heute die Gelegenheit habt, seid einfach nett zu irgendjemandem. Vielleicht bringt sie. Freut sich bestimmt. Schauen wir mal, dass wir unsere Koffer noch kriegen. So, hallo, wir sind jetzt in der Unterkunft, oder in unserer Wohnung eigentlich. Also unsere Wohnung. Wir sind angekommen und haben uns hier selbst in Quarantäne gesteckt. Wir sind schon perfekt in der Quarantäne angekommen mit Kapuzenpulli, Sportpulli und heißen Tee und Zudecker am Sofa. Ich glaube, so macht man das richtig, zumindest wenn man in Medien glaubt. Und das machen wir jetzt die nächsten zwei Wochen. Max, möchtest du zu deinen Plänen noch was sagen? Ja, zu meinen Plänen. Ich bin jetzt nicht so der Quarantäne-Mensch, muss ich gestehen. Aber natürlich bleibe ich zu Hause. Ich bin so ein bisschen der Workaholic. Ich arbeite jetzt halt. Kann auch ganz gut genutzt werden, die Zeit. Aber zusammenfassend kann man sagen, der Flug gestern, den wir durch die Situation der Corona-Krise jetzt meistern mussten, hat keinen Spaß gemacht. Und in Deutschland angekommen wurden die Sicherheitsmaßnahmen, die man aus Asien ganz normal kennt und die da auch komplett durchgeführt werden. Hat keinen mehr interessiert, irgendwie. Also, unser Fazit ist, bitte haltet euch mehr an den Regeln in Deutschland. In Asien machen die das echt gut und man erkennt es an den Fallzahlen, dass es besser wird. Das sollten wir uns hier als Vorbild nehmen und genauso tun. In dem Sinne, bleibt gesund! Vielen Dank. Daselt ver Vernon-Govern. Daily. Die Tiere